Ja, wieder euch allen einen schönen guten Morgen und ich hoffe, dass es ein Tag wird, der mit viel Freude, schönen Erlebnissen und Begegnungen gesegnet ist. Manchmal muss man auf besondere Gedanken kommen, wenn man Probleme lösen will. Und so war es auch in einer kleinen christlichen Gemeinde, irgendwo in einer ländlichen Gegend in der Vergangenheit der Fall. Sie hatte große Probleme und die Kirche musste dringend renoviert werden. Es gab aber kein Geld. Und so kam man auf folgende Idee. Gewöhnlich gab man den Klingelbeutel rum, aber ihr wisst ja, da ist nicht immer sehr viel drin, wenn man sammelt. Und so hatte der Kirchenvorstand die Idee, dass man am Sonntag die Eintrittskarten für reservierte Plätze verkaufen wollte und das auch an besonderen Feiertagen so hält. Denn dann war die Gemeinde ja am zahlreichsten vertreten und die Leute spendeten großzügig. Und an einem solchen Feiertag kam ein Junge zu dieser Kirche. Er suchte seinen Vater, aber die Platzanweiser wollten ihn nicht hineinlassen, weil er keine Eintrittskarte hatte. »Hören Sie«, sagte der Junge, »es geht um eine ernste Sache.« »Das sagen Sie alle«, erwiderte der Platzanweiser. Der Junge war ganz verzweifelt und begann zu bitten, »Bitte, lassen Sie mich doch hinein. Es geht um Leben und Tod. Ich werde ja nur eine Minute drin bleiben.« Der Türsteher gab nach einigem Nachdenken sein Okay und sagte, »Geht in Ordnung, wenn es so wichtig ist, aber lass dich ja nicht beim Beten erwischen.« Ja, manchmal sind seltsame und tolle Gedanken gut, aber sie halten davon ab, was eigentlich das Wichtigste ist. Geld ist eben nicht alles. Wenn man betet, ist es vielleicht noch eine ganz andere Sache. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Geschichte und ein Schmunzeln, wenn ihr sie immer wieder mal im Kopf hört.